Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man eigentlich eine Aufputz-Wechselschaltung mit zwei Schaltern fachgerecht an so einer Lampe hier anschließen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die fünf Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltball an, wie das Ganze eigentlich richtig funktioniert. In meinem Fall kommen wir mit einer dreiartigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm² zu unserer Verteilerdose. Von daraus geht es weiter mit einer fünfartigen Leitung zu unserem ersten Wechselschalter, dann ebenfalls mit einer fünfartigen Leitung weiter zu unserem zweiten Wechselschalter und zum Schluss noch mit einer dreiartigen Leitung weiter zu unserer Lampe. Der blaue Neutralleiter wird bei unseren Schaltern nicht benötigt, deswegen wir diesen auch direkt auf unsere Lampe anklemmen können. Genauso machen wir es auch mit unserem grün-gelben Schutzleiter hier. Der geht ebenfalls direkt auf die Lampe hier hoch. Nur der meist braune Ausleiter, den benötigen wir jetzt natürlich bei unseren Schaltern. Und da müssen wir erst einmal auf die Eingangsklemme L draufgehen, danach geht das Ganze weiter. Und bei unserem ersten Wechselschalter haben wir dann auch zwei solche Ausgangsklemmen, welche normalerweise mit so einem Pfeil hier gekennzeichnet sind. Der erste korrespondierende Leiter ist in meinem Fall der schwarze hier, mit dem kann ich auch direkt zu meinem zweiten Wechselschalter rübergehen. Und das Besondere bei so einer Wechselschaltung ist jetzt übrigens, dass das ganze verkehrt herum angeschlossen wird. Bedeutet, wir haben zwei Eingangsklemmen, welche mit dem Pfeil gekennzeichnet sind und eine Ausgangsklemme, welche hier mit L gekennzeichnet ist. Und aus diesem Grund können wir jetzt auch mit dem zweiten korrespondierenden Leiter, in meinem Fall ist das der graue hier, direkt weiter zu unserem Schalter rübergehen. Dann wird das Ganze auch geschalten und am Ende kommen wir wieder zu unserer Ausgangsklemme, welche mit L gekennzeichnet ist. Von dort aus geht es weiter mit dem braunen Außenleiter und zum Schluss auch noch mit dem braunen Außenleiter, welcher direkt zu meiner Lampe hier hochführt. In der Praxis kommen wir von der linken Seite mit unserer dreiartigen Zuleitung direkt zur Verteilerdose hin. Hier habe ich das Ganze mal auf ca. 15 cm dementsprechend mal abgemantelt und 1 cm von dem Mantel in die Dose für die entsprechende Zugehundlastung auch stehen lassen. Hier nach oben geht es mit einer dreiartigen Leitung direkt zu meiner Lampe. Diese habe ich in einem anderen Video auch schon mal fachgerecht angeschlossen. Und nach unten geht es zu meinem ersten Wechselschalter mit einer fünfartigen Leitung und zum zweiten Wechselschalter ebenfalls wieder mit einer fünfartigen Leitung. Meine beiden Gehäuse habe ich zuvor natürlich schon mit einer Wasserwaage ausgerichtet und auch mit den entsprechenden Schrauben sauber festgedreht. Danach habe ich meine Leitung hier um ca. 10 cm ab dem Gehäuseeingang jeweils länger gelassen und meine Befestigungen hier für die Leitung haben auch einen maximalen Abstand zum Gehäuse beziehungsweise auch zur Verteilerdose hier oben drüber von maximal 10 cm. Und jetzt geht es darum, dass ich meine Leitung hier einmal noch dementsprechend abmantel, dass wieder 1 cm von dem Mantel in das Gehäuse übersteht. Danach kann ich mal meine Leitungsdurchführung aus dem Gehäuse nehmen. Normalerweise sollte auch schon so ein Loch drin sein. Wenn nicht, muss ich natürlich noch eins reinmachen. Und wenn das geschehen ist, dann gebe ich einmal diese Leitungsdurchführung auch hier auf meine Leitung dementsprechend drauf. Jetzt muss ich das Ganze aber noch etwas höher schieben und anschließend wieder einen Tick zurückziehen. Denn dadurch stülpt sich hier oben der Gummi um. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich nämlich auch wieder das Ganze in mein Gehäuse hier hinten hineingeben. Ich habe zur Befestigung meine beiden Schellen hier oben jetzt auch schon zugemacht und als nächstes muss ich mal meine Leiter auf genau 11 mm in meinem Fall abisolieren, so wie es anschließend auch in die Klemmen für meine Wechselschalter hineinpasst. Bei meinem Modell habe ich hier rechts unten schon eine Klemme, wo ich meinen grün-gelben Schutzleiter, welchen ich ja jetzt nicht benötige, sicherheitshalber schon mal drauf klemmen kann und den blauen Neutralleiter, welchen ich auch nicht benötige. Da gebe ich mal nochmal extra so eine Klemme hier hinein und kann das Ganze jetzt nämlich auch schön in dem Gehäuse hier hinten verstauen. Wenn das soweit passt, kann ich meinen ersten Wechselschalter bei mir den auf der linken Seite auch schon mal dementsprechend anklemmen. Hier oben links bei der Eingangsklemme L kommt mein brauner Außenleiter mit genug Reserve drauf. Hier unten links ist mein grauer korrespondierender Leiter und hier unten rechts mein schwarzer korrespondierender Leiter. Danach den Einsatz schon mal grob im Gehäuse verschwinden lassen. Dann kann ich nämlich auch meinen Deckel hier dementsprechend schon mal aufsetzen und natürlich auch festschrauben. Und sobald ich die Blende mit etwas Schmackes von vorne jetzt natürlich auch richtig drauf gebe, habe ich meinen ersten Wechselschalter auch schon richtig angeschlossen und wir können mal unseren zweiten Schalter anschauen. Hier gehen wir eigentlich wieder relativ ähnlich vor. Oben links, wo jetzt unsere Eingangsklemme L ist, was in dem Fall ja eigentlich die Ausgangsklemme ist, kommt mein brauner Außenleiter drauf, welchen ich anschließend auch zu meiner Lampe hinführe. Hier unten links habe ich wieder meinen grauen korrespondierenden Leiter angeschlossen und unten rechts meinen schwarzen korrespondierenden Leiter. Danach den Einsatz wieder grob in das Gehäuse hineingeben, Deckel vorne drauf geben und anschließend natürlich wieder meine Schrauben festdrehen. Blende von vorne sauber aufsetzen und somit haben wir auch schon den zweiten Wechselschalter richtig angeschlossen, weswegen wir das Ganze jetzt auch in unserer Verteilerdose noch richtig verdrahten können. Hierfür lege ich mir zuerst einmal meine vier grüngeiben Schutzleiter mit genug Reserve auf der rechten Seite von meiner Dose nebeneinander. Mache danach dasselbe Spiel mit meinen vier blauen Neutralleitern. Kann mir jetzt schon mal meinen braunen Außenleiter meiner Zuleitung und vor allem auch den braunen Außenleiter, welcher zu meinem ersten Wechselschalter nach unten geht, nebeneinander legen. Mache danach dasselbe mit meinen zwei grauen korrespondierenden Leiter. Dann natürlich auch mit meinen zwei schwarzen korrespondierenden Leiter. Und zum Schluss lege ich mir noch meinen braunen Außenleiter von meinem zweiten Wechselschalter hier auf der rechten Seite kommend und vor allem auch den braunen Außenleiter, welcher zu meiner Lampe hier hochgeht, direkt nebeneinander. Anschließend kürze ich alle Leiter mit einem Seitenschneider für die Optik auf dieselbe Länge ab und danach isoliere ich sie für meine Klemmen wieder auf genau 11 mm ab. Wenn auch das passt, kann ich meine Leiter mal laut Schalpern miteinander verklemmen. Da alle Leiter jetzt auch fachgerecht miteinander verdrahtet sind, kann ich diese mal noch etwas weiter in die Verteilerdose hineingeben und danach auch schon meinen Deckel von der Verteilerdose dementsprechend aufsetzen. Und nun muss ich das Ganze natürlich noch auf Funktionalität überprüfen, weswegen ich jetzt auch wieder Spannung auf das System gebe. Ich würde sagen, bei mir schaut das auf jeden Fall super aus, egal welchen Schalter ich betätige, das Licht geht aus bzw. an und somit haben wir jetzt auch schon eine Aufputz-Wechselschaltung mit zwei solchen Schaltern an eine Lampe fachgerecht angeschlossen. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens Aufputz-Wechselschalter, verschiedene Leitungen oder auch eines der verwendeten Werkzeuge aus dem Video dir zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.